Hallo und willkommen zu meiner heutigen Geschäftsvorstellung. Wenn du aktuell dieses Video sehen kannst, dann heißt es, dass wir schon mal miteinander Kontakt hatten und dass ich dich hier zu diesem Video eingeladen habe. Wenn wir uns aber nicht kennen, dann hattest du definitiv Kontakt zu einem meiner Teampartner und dieser hat dich hier zu diesem Video eingeladen. Aber wie auch immer denn feststeht, dass du aktuell daran interessiert bist, dir nebenbei ein bisschen mehr dazu zu verdienen. Vielleicht möchtest du aber auch irgendwie auch umswitchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was aktuell deine Motivation ist, warum du mehr Geld verdienen möchtest. Bist du aktuell in Kurzarbeiterzeit und bekommst nur 60% Kurzarbeitergeld? Bist du Mama in Elternzeit und merkst das Geld recht vorne und hinten nicht? Vielleicht sagst du dir aber auch, Mensch, ich möchte aktuell einfach gerne ein bisschen mehr Geld verdienen, ein bisschen mehr Lebensqualität haben, ein bisschen mehr Zeit. Oder du sagst dir vielleicht auch, Mensch, ich möchte mich für die Zukunft so ein bisschen absichern, für die Rente und so weiter und so fort. Was auch immer deine Motivation ist, hier kann jeder alles erreichen. Und ich werde dir jetzt ein richtig, richtig cooles Geschäft vorstellen. Bevor ich das aber mache, sage ich dir jetzt allererstes mal, wer ich bin. Mein Name ist Mandy, ich bin 32 Jahre alt, ich bin alleinerziehende Mutter einer zweieinhalb Jahre alten Tochter. Wir leben hier in Teutschental, ein ganz unspektakuläres Dorf, in einer Dreiraumwohnung verteilt auf 64 Quadratmetern. Also wir sind ganz normale Menschen. Nichts Besonderes, nichts Influenza-haftiges oder sonst irgendwas, wir sind ganz normale Menschen. Und ich bin seit einem Jahr nebenberuflich tätig als Vertriebspartner bei der Firma LR Health & Beauty. An alle, die kurz vorm Wegklicken sind, weil sie das Wort Vertriebspartner hören, schaltet bitte nicht weg, denn ihr hört gerade in eurem Ohr, Vertriebspartner, Tupper-Partys, Haustürn klinken, putzen, mit Koffern von A nach B laufen, Mindestumsätze. Nein, so ist es ja definitiv nicht. Und das ist das Coole. Du hast ja keine Mindestumsätze, du hast keine Vertragslaufzeit, du musst an deinen Türklinken putzen, du musst keine Tupper-Partys machen, nichts. Du kannst hier bequem vom Sofa aus mit deinem Smartphone arbeiten und die Produkte und alles andere empfehlen über Social Media, Facebook, WhatsApp, Instagram, um was es da nicht alles noch so gibt. So, jetzt erkläre ich dir noch kurz, wie ich bei der Firma gelandet bin, obwohl die Geschichte eigentlich sehr unspektakulär ist. Das ist eine ganz normale Geschichte. Als ich damals schwanger war, bin ich zurückgezogen in die Heimat und habe quasi meinen Job aufgegeben. Warum das so ist, ist ein bisschen eine private Geschichte. Und ja, auf jeden Fall war ich hier und musste mir natürlich irgendwann wieder einen neuen Job suchen. Aber wie das so ist als alleinerziehende Mama, hast du schlechte Karten eigentlich so auf dem Arbeitsmarkt. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie und aus dem Friseurbereich. Das heißt, es sind beides Berufe, wo man am Wochenende arbeiten muss, wo man bis abends hin arbeiten muss und ist als alleinerziehende Mutter, wo die Kita 17 ausschließt, einfach nicht möglich. Also habe ich nach einem Job gesucht, habe aber niemanden gefunden oder habe keinen gefunden und bin dann zufällig auf die Firma LR Health & Beauty gestoßen und musste dann feststellen, als ich mir das ganze Geschäft angehört habe, dass meine Mama schon ein Jahr stiller Partner war. Meine Mama hat seit einem Jahr das Partnerprogramm genutzt, 30% gespart, konnte bestellen, wann sie wollte. Sie hat immer einfach nur gespart und das war's. Sie war einfach ein stiller Partner, war nicht aktiv, hat irgendwie gar nichts gemacht. Daran habe ich dann schon ein bisschen so erkannt, dass man ja wirklich zu nichts verpflichtet ist und habe das Ganze probiert, auch wenn ich da am Anfang noch sehr skeptisch war. Es ist einfach so, man ist am Anfang immer skeptisch, aber wenn man es nicht probiert, wird man nie herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Also habe ich das Ganze probiert, bin mittlerweile sehr, sehr glücklich, dass ich es probiert habe und ja, damals wollte ich am Anfang noch nebenberufe, ich mir ein bisschen was dazu verdienen, ein bisschen mehr Geld einfach in der Tasche haben, solange bis ich einen Hauptjob finde. Mittlerweile sage ich mir, ich möchte eher hauptberuflich machen, aus dem Grund, weil ich ja zunächst verpflichtet bin. Ich kann arbeiten, wann ich will, ich setze mir meine Arbeitszeiten, wenn ich Urlaub haben will, mache ich Urlaub. Ich habe keine Probleme, wenn mein Kind mal krank ist, auch in der aktuellen Situation, mein Kind ist schon seit fast vier Wochen zu Hause, es stört mich nicht, ich kann trotzdem arbeiten und Geld verdienen, weil ich sowieso von zu Hause aus arbeite. Ich mache das alles, wenn mein Kind Mittagsschlaf macht oder wenn sie abends ins Bett geht und tagsüber habe ich super viel Zeit für sie, um mich um sie zu kümmern und das ist eine ganz, ganz coole Sache, ja, weil ich ja wirklich zu nichts verpflichtet bin und das Ganze passt auch einfach in jeden Alltag, egal ob du 40, 50 oder 60 Stunden in die Woche arbeitest, es passt in jeden Alltag, weil man es immer nebenbei irgendwie machen kann. So, und nun erkläre ich dir mal, was das überhaupt für eine Firma ist. Das hier ist die Firma Ella Health & Beauty, das ist eine deutsche Firma mit Hauptsitz in Aalen und die Firma wurde 1985 gegründet, ist mittlerweile eines der größten Direktvertriebe in Europa, in 28 verschiedenen Partnerländern vertreten und die stellt Produkte her aus dem täglichen Leben. Das geht los bei der Körperpflege über Schönheit bis hin zur Nahrungsergänzung. Und wir haben Star-Kooperationen mit Guido Maria Gretschmer, Bruce Willis, wir haben weitere Kooperationspartner wie VW, Mercedes, Audi. Man kann sich über die Firma irgendwann einen Firmwagen leasen lassen, wenn man das möchte, schon ab der ersten Karrierestufe. Das kann, wie ich gesagt habe, ein Mercedes sein, ein Audi, ein VW, ein Smart. Wenn man irgendwann mal höher rutschen sollte, wenn man das beruflich wirklich machen möchte, kann es auch ein Porsche Jaguar Land Rover sein. Und diese ganzen Kooperationspartner zeigen auch schon so ein bisschen, dass es wirklich eine seriöse Firma ist und auch alleine schon die Zeit, die die Firma da ist. Ja, fast 35 Jahre, am 11.07. feiert sie ihren 35. Geburtstag. Hoffen wir mal, dass es wirklich stattfindet und nicht wegen der aktuellen Situation auch abgeblasen wird. Und ja, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Firma. Und ich zeige euch mal so ein paar Produkte. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, was man sowieso so im täglichen Leben nutzt und mit dem wir von zu Hause aus Geld verdienen. Ganz bequem. Das ist zum einen, haben wir hier eine Reitigungsmilch. Jeder wäscht sich, jeder wäscht sein Gesicht. Dann haben wir hier ein Duschgel und eine Haarwäsche für die Kinder. Für Frauen haben wir hier einen Make-up-Entferner. Handcreme brauchen Männer wie auch Frauen, wie auch Kinder. Dann haben wir eine normale Haarwäsche. Dann haben wir ein Duschgel. Dann hat alles wirklich jeder zu Hause im Bad stehende Zahnpasta. Ganz wichtig, ne? Zähneputzen. Macht eigentlich auch jeder. Zumindest hoffe ich das. Und ja, eine Nahrungsergänzung Vita-Active ist etwas, was ich meinem Kind gebe. Den täglichen Tagesbedarf an Obst und Gemüse, eine Männerpflege, Rasierschaum, Rasiergel. Wir haben wirklich so, so viele Produkte. Und das Tolle ist, unsere Produkte sind geeignet für Allergiker. Unsere Produkte sind frei von Paraben, von Mineralölen, von Duftstoffen. Und natürlich sind unsere Produkte auch frei von Tierversuchen. Das heißt, hier wird nicht irgendwas an irgendwelchen Tieren experimentiert oder irgendwie. Nein, hier ist wirklich alles ganz super, ganz toll. Dann haben wir zum Beispiel noch ein Mikrosilberhandgel. Auch aktuell ganz wichtig. Wir desinfizieren uns die Hände. Wir reinigen uns die Hände. Wir müssen uns aktuell sehr doll schützen vor dem blöden Virus. Ja, dann haben wir noch hier Wimperntusche Make-Up. Wir haben wirklich so viele Produkte, die wir alle im täglichen Leben nutzen. Und damit können wir unser Geld verdienen. Oder verdiene ich aktuell im Leben, rufe ich so ein bisschen mein Geld. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch, wie kann man denn hier Geld verdienen? Wie soll denn das gehen? Ist doch bestimmt alles nur Luch und Betrug. Aber so ist es nicht, ne? Wenn du bei der Firma LR Partner wirst, ne? Wir haben drei verschiedene Kundenmodelle, sage ich jetzt mal. Es ist der normale Kunde, der spart gar nicht. Es gibt den Premium-Kunden, der spart 20%. Und es gibt den Partner. Der Partner, der spart immer 30%, bekommt seine Produkte super schnell, bekommt die neuen Produkte sehr schnell, bekommt einen eigenen personalisierten Online-Shop und eine Homepage, worüber er selber bestellen kann. Und kann erstmal einfach nur ein stiller Partner sein, ne? Da spart einfach Geld, nutzt die Produkte zum günstigsten Preis und macht beruflich gar nichts, ne? Das i-Tüpfelchen oben drauf ist, dass man über den Online-Shop, den man bekommt, dass man damit Geld verdienen kann, indem man die Produkte empfiehlt. Und jetzt gebe ich dir mal ein ganz simples Beispiel. Ich nutze zum Beispiel aktuell sehr, sehr gerne diesen Duft von LR. Das ist Los Angeles LR Classics, aus der LR Classics-Reihe. Und den nutze ich ganz gerne. Und ich sage jetzt einfach mal beispielweise, du nutzt gerne Dior. Das ist einfach mal so mein Beispiel an dich. Und wenn du dich jetzt mit deinem Dior-Duft einsprichst, gehst du raus auf die Straße, triffst deine Freunde, Familie, Bekannte, irgendwen. Und der sagt, oh, du riechst, aber gut, was ist denn das für ein Duft? Du sagst, na, von Dior habe ich da und da gekauft, kostet so und so viel. Der läuft los, kauft sich den Duft, er freut sich, du freust dich, weil du was empfohlen hast, was du gut findest und das jemand anderes auch gut findet. Die Firma freut sich, die hat Geld verdient. Und was bekommst du von der Firma? Du bekommst kein Dankeschön, du bekommst keine Umsatzbeteiligung, du bekommst nicht mal einen Gutschein irgendwie, nicht mal einen 5% Gutschein für deinen nächsten Einkauf, nichts. Du bekommst gar nichts. Das ist schon ein bisschen unfair, schon ein bisschen mies. Die Firma heibt sich die Lorbeeren ein und du gehst natürlich leer aus. Wenn ich mich aber jetzt mit meinem Duft einsprühe und ich gehe raus auf die Straße, treffe Menschen, treffe Freunde und die sagen, oh, du riechst aber gut, was hast du denn für einen Duft? Dann sage ich, hier, ich habe RR Classics, mein absoluter Lieblingsduft zur Zeit. Oh, wo gibt es denn den? Ich sage, pass auf, ich schicke dir meinen Online-Shop rüber per WhatsApp. Kannst du dich mal durchklicken, kannst du mal reinschauen, wenn dir was gefällt, kaufst du es, wenn nicht, lässt es bleiben. Wenn er aber was kauft, verdiene ich direkt 30% daran mit. Wenn mir fremde Leute auf der Straße begegnen, die sagen, ach, sie riechen aber gut, passiert ja auch, kommt ja auch wirklich oft vor. Man sitzt ja immer beim Arzt oder ist im Bus, in der Bahn und jemand sagt, oh, sie riechen aber gut. Sagt man meistens, danke schön, ist das und das. Und dann kann man sagen, in dem Fall, danke schön ist der und der Duft von der und der Firma. Ich gebe ihm mal eine Visitenkarte, so sage ich das immer. Da ist hinten mein QR-Code drauf oder der QR-Code zum Online-Shop. Kommen Sie direkt drauf, können Sie direkt selber bestellen. Und schon verdient man da wirklich 30% mit als Partner an der Umsatzbeteiligung. Ist eine richtig coole Sache. Man kann aber nicht nur Geld verdienen, indem man die Produkte empfiehlt, sondern man kann auch sich ein eigenes Team an Partnern aufbauen. Und das Ganze funktioniert so, wenn du jemanden kennst oder irgendjemand sagt, Mensch, ich hätte gern auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Dann sagst du, hey, ich habe was für dich, vielleicht klingt das interessant, stellst dir das Geschäft vor, erklärst dir das Geschäft. Dieserjenige steigt bei dir als Partner ein. Der kann auch erstmal einfach nur die Produkte um 30% günstiger bekommen. Stiller, Partner seien, immer selbst bestellen. Wenn ihm dann die Produkte gefallen, kann er sagen, hey, ich empfehle das auch weiter. Ich empfehle auch das Geschäftsmodell weiter. Und so baust du dein eigenes Team auf. Und ja, so hat jeder die Möglichkeit, Geld zu verdienen oder nur die Produkte zu nutzen und die Produkte ganz günstig zu bekommen. Es ist aber nicht so, das verdenken dann immer viele, wenn man jemanden zum Partner gemacht hat, dass man 1 zu 1 das Gleiche verdient wie sein Partner. Das ist so nicht, das wäre nämlich unfair dem Partner gegenüber, der das ganze Geschäft nämlich auch nutzt. Man verdient immer prozentual daran mit. Dazu habe ich auch mal ein anderes Video gemacht, das kannst du dir gerne mal anschauen. Das findest du auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Dazu würde ich jetzt nicht ganz so doll drauf eingehen, sonst verwirkliche ich das jetzt nämlich. Aber das ist einfach so ein Beispiel, dass man eben auch ein Team aufbauen kann und an deinem Teampartner so ein bisschen mitverdient und dass dein Teampartner oder deinem Partnerkunde einfach Geld spart. Ist eine richtig, richtig coole Sache. Es ist nichts Verwerfliches, denn wir empfehlen ja sowieso immer unsere Produkte. Und wir geben sowieso immer Geld für Produkte aus, die wir im täglichen Leben verwenden, wie ich schon gerade gezeigt habe, Zahnpasta, Duschgel etc. pp. Jetzt fragst du dich sicherlich, Mensch, wie werde ich denn überhaupt Partner bei der Firma RR? Ich muss doch mit Sicherheit irgendeine Investition tätigen. Ich würde es jetzt gar nicht Investition nennen, weil die Produkte wie Zahnpasta, Duschgel, Haarwäsche, die nutzt du so oder so. Du würdest jetzt vermutlich so oder so morgen, übermorgen, nächste Woche in die Nähe strukturieren, dir ein neues Duschgel kaufen, vielleicht eine neue Zahnpasta, Duschbaden, neue Handcreme. Du würdest es dir sowieso jetzt demnächst irgendwann wieder kaufen. Und diesen Einkauf, den lässt du einfach mal bleiben. Warum? Weil diese Firma, wo du sonst hingehst, die gibt dir keine 30% Rabatt. Die Firma sagt nicht zu dir, hey, wenn sie heute für eine Summe X einkaufen, machen wir sie zum Partner. Sie sparen immer 30% und können, wenn sie wollen, damit Leben bei Geld verdienen, wenn ihr die Produkte weiter empfiehlt. Das sagen die nicht, das sagt keine Trügerie. Und aus diesem Grund ist es einfach bei RR so, dass du mit diesem Einkauf, den du sowieso tätigst, den du sowieso machst, dass du den einfach wirklich mal bei RR machst, die gleichen Produkte kaufst, wie eine Zahnpasta, eine Haarwäsche oder sonst irgendwas, die Produkte testest und wenn die dir gefallen, na dann brauchst du dir ein Business auf, verdienst nebenbei Geld, empfiehlst das Ganze weiter, empfiehlst die Produkte weiter und kannst Geld verdienen. Musst du aber wie gesagt nicht machen und das ist eine richtig coole Sache. Man hat natürlich einen Mindestbestellwert für die Partnereintragung, das ist bei 150 Euro inklusive 30% Rabatt, inklusive Arbeitsmappe, die habe ich jetzt mal hier, das ist so ein Welcome-Folder, so nennt sich das Ganze, der sieht so aus. Da ist auch übrigens diese Geschäftsmappe mit drin, die Geschäftsvorstellung. Dann ist da drin die Lizenz, dann ist die Lizenz für den Online-Shop mit drin, die eigene Homepage, da hat man ein paar Anträge, dann hat man ja noch so eine schicke Klappe. Da hat man einen Karrierepass drin, einen Katalog, einen Gutschein, ihr Start bei LR und noch ganz viele andere kleine Sachen, kleine Leitfeten, die man immer gebrauchen kann. Und ja, ich finde es ist eine ganz coole Sache, wie ich schon gesagt habe, ob du nächste Woche in die Tugurie rennst oder dein Einkauf mal bei LR tätigst und damit Partner wird. Ich glaube der Vorteil ist da wirklich eher, seine Produkte einfach mal woanders zu kaufen und mal andere Sachen auszuprobieren. Und ja, ich bin für LR sehr dankbar, dass ich die Firma kennengelernt habe, weil die Produkte sind richtig geil. Ich bin von jedem Produkt, was ich bis jetzt genutzt habe, überzeugt. Ich kenne noch nicht alle, bin ich ehrlich, aber das, was ich nutze, kann ich super weiterempfehlen mit super Gewissen. Und ja, wie läuft die Partnereintragung ab? Es ist in dem Fall so, dass du über eine freie Produktwahl einsteigen kannst. Das heißt, du suchst dir Produkte im Online-Shop aus, teilst das demjenigen mit, der dich darauf angesprochen hat, über den du auf dieses Video gekommen bist, der trägt dich dann mit den Produkten, die du gerade brauchst, die gerade leer gehen in deinem Badezimmer, der trägt dich dann damit als Partner ein. Und dann ist es so, dass in der Regel dein Paket ankommt. Sieben Tage nach Erhalt des Paketes wird das Geld von deinem Konto abgebucht. Wenn du eine grüne Schufa hast, wenn du eine schlechte Bonität hast, dann ist es so, dann kommt das Paket per Nachnahme zu dir nach Hause. Aber es ist nicht so, dass du erst Geld bezahlen musst und irgendwann Wochen später Produkte bekommst. Nein, du bekommst eigentlich erst deine Produkte und dann wird das Geld abgebucht. Es gibt auch noch die Möglichkeit für alle, die jetzt wirklich sagen, geschäftlich, hört sich das richtig, richtig cool an, wir haben vorbefertigte Starterpakete, gibt es vier kleine Starterpakete, es gibt auch ein richtig großes Businesspaket, was ich jedem empfehle, der sagt, ey, ich habe jetzt total Bock auf dieses Business, ich möchte das unbedingt ausprobieren, dann nimm dieses Profi-Businesspaket, da hast du einen Haufen Produkte drin, sparst knapp 200 Euro nochmal zusätzlich, kannst dieses Paket auf vier Monatsraten zahlen, die kleinen Pakete kann man auf zwei Monatsraten zahlen, auch wenn man den eigenen Einkauf tätigt, kann man das auf zwei Monatsraten zahlen und das große Paket kann man auf vier Monatsraten zahlen, so jetzt habe ich es, wenn die Schufa grün ist, wenn da alles gut ist und das ist eine richtig coole Sache, man hat nichts zu verlieren, man hat da Produkte drin zum Testen, zum Selbertesten, zum Weitergeben und ja, zum Zeigen, zum Präsentieren und ist eine richtig, richtig coole Sache, man macht ja eigentlich absolut nichts falsch und wie gesagt, jeder kann sich seinen Start selber aussuchen. Wenn du jetzt sagst, ich bin mir ein bisschen unsicher, dann such dir einfach nur wirklich was aus, was du gerade brauchst, was du gerne testen möchtest, dann ist gut. Du musst auch kein Profi-Business-Paket nehmen, das ist wirklich nur für die, die von vornherein sagen, jo, geschäftlich ist das absolut mein Ding. So, und mein abschließender Satz ist jetzt einfach nur, nutze die Chance, du hast nichts zu verlieren, denn die Produkte kaufst du so oder so und der Vorteil ist einfach, weil du sparst deine 30% und kannst, wenn du Bock hast, damit Geld verdienen und hast absolut nichts zu verlieren. Und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen haben solltest, zum Beispiel über das Autokonzept oder zu den verschiedenen Karrierestufen, dann melde dich doch einfach bei der Person, die dich hier zu diesem Video eingeladen hat, die wird dir dann deine Fragen noch beantworten und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal in einer 3er-Videokonferenz oder hören uns in einer Telefonkonferenz. Und ja, dann freue ich mich schon mal, dich beide in meinem Team begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!